Dann begrüße ich euch einmal ganz herzlich zu unserer Pressekonferenz vor unserem nächsten Heimspiel am Samstag um 13 Uhr gegen den HSV. Wir sind mit 10.150 Fans ausverkauft, abzüglich des Sicherheitspuffers. Es wird also nochmal ein ordentliches Spiel, ein großes Spiel, deshalb geht auch nochmal die Bitte an die Fans, nicht mit dem PKW direkt ans Stadion zu reisen, sondern insbesondere auch auf den Shuttle Service zurückzugreifen, von den Park-and-Ride-Parkplätzen und den Bahnhöfen. Ja, Horst, wir freuen uns auf dem Fußballfest, ihr mit Sicherheit auch. Es wird ein schönes Spiel, nochmal ein bisschen voller als beim letzten Mal. Ist dementsprechend auch die Vorfreude zu spüren schon? Ja, es ist ähnlich. Die Jungs sind ja jetzt auch angekommen in der 2. Liga. Es waren jetzt regelmäßig Spiele, wo du sagst, oh, auf die können wir uns freuen. Insofern hat sich das jetzt irgendwie ein bisschen normalisiert. Wir sind froh, dass wir in Osnabrück drei Punkte geholt haben, dass wir mit einem Sieg in das Spiel gegen den HSV gehen können. Das ist uns gut gelungen. Dementsprechend waren die Jungs eher konzentriert, auch bei der Sache. Und ja, Freude wird wahrscheinlich dann erst der Spielverlauf hergeben, wenn er dann gut für uns läuft. Ja, auf der einen Seite ist jetzt durch die Länderspielpause ein kleiner Break nochmal gewesen. Auf der anderen Seite hattest du dadurch auch nochmal die Möglichkeit, zwei Neuzugänge nochmal ein bisschen mehr ans Team ranzubringen. Wie würdest du die letzten zwei Wochen mit der Arbeit und mit der Mannschaft zusammenfassen? Ja, wir haben sicherlich weiterhin Inhalte, die wir verbessern können. Da ist so eine Woche Training, überwiegend Training, eben wenig Gegnervorbereitung, ganz gut für das Verteidigen zu üben, dass wir da sehr aufmerksam sind. Dementsprechend haben wir das genutzt. Wahl war der Einzige, der bei der Nationalmannschaft dann weg war und ein paar Jungs, die angeschlagen waren, auch in der Woche. Sie haben jetzt wieder Anschluss gefunden und dementsprechend fehlt jetzt nur noch Robin Fellauer und Kevin Coffey im Training. Alle anderen sind anwesend. Und auch das ist natürlich erfreulich, dass ich sage, ich habe jetzt mehr Jungs zur Auswahl. Und das Straßburg-Spiel war sicherlich auch nochmal gut für uns, dass wir da gegen guten Gegner auch sehr, sehr ordentlich agiert haben und gut verteidigt haben. War schon noch ein Thema, was wir durch die Gegentore zu Beginn eben auch bearbeiten wollten. Das sah besser aus und und nach vorne waren wir auch ansatzweise mal da. Es ging den Gegner auch nicht ganz leicht gewesen, zu Torschancen zu kommen, aber wir konnten da mithalten. Das war ein gutes Gefühl, auch alle spielen zu lassen, Spielzeit zu geben, war gut. Insofern haben wir das in den zwei Wochen gemacht. Dann noch einmal der Ausblick auf den Gegner. Ich denke, mit dem HSV kommt durchaus ein Proppen hier an die Kaiserlinie. Ungeschlagener Tabellenführer. Wie blickst du auf den Gegner? Ja, es ist sicherlich aktuell die beste Mannschaft in der Liga. Sie haben gegen Karlsruhe auch, glaube ich, in der Schlussminute den Ausgleich erst bekommen. Sonst hätten sie das auch noch gewonnen. Ja, die Abläufe sind sind klar beim HSV. Da haben sie schon ein Fundament, haben der Trainer eben auch behalten. Und da sieht man eben, dass sich das auswirkt, weil die Jungs nichts Neues großartig lernen mussten. Und die Spieler, die neu dazukamen, haben das scheinbar relativ schnell verinnerlicht, was der Trainer möchte. Und dementsprechend ist eine klare Struktur zu erkennen in allen Spielphasen. Und eine Einzelqualität, die dazukommt, wo wir einfach wissen, dass wir da sehr genau arbeiten müssen, um mitzuhalten und gegebenenfalls auch mal drei Punkte zu holen gegen den HSV. Das ist das Ziel, dass wir auch zu Hause wieder erfolgreich sein werden. Aber es ist eben wirklich die beste Mannschaft der Liga, wo wir gut zusammenarbeiten müssen, wieder uns als Mannschaft präsentieren müssen, um eine Chance zu haben. Vielen Dank. Wir sind bereit für eure Fragen wie immer gerne mit dem Mikro. Dann lege ich los. Gott, wie gut hat dieser Sieg getan. Ihnen, der Mannschaft, was hat das gemacht mit dem Team? Ja, also mir persönlich hat es gut getan, weil schon auch die Aussicht dann mit der Niederlage aus Osnabrück gegen den HSV zu spielen ein bisschen kribbelig war. Und dementsprechend war es wichtig, dass wir da ein Spiel gewonnen haben, was wir jetzt auch nicht überragend gespielt haben, aber eben auch das erste Mal zu Null gespielt haben in der Liga, dass wir da sehr aufmerksam waren und dann eben unsere Chance geduldig gesucht haben und dann eben erst spät das 1-0 gemacht haben. Das war für mich persönlich schon eine Erleichterung und ich glaube, da kann ich auch für die Mannschaft sprechen, dass der Mannschaft sicherlich eh nicht gegangen ist. Ja, die Jungs, die brauchten auch dieses Erfolgserlebnis nach den ersten drei Spielen, in denen wir wirklich auch sehr selbstbewusst und engagiert und mutig gespielt haben, mit einem Ergebnis, was nicht dazu passte, dann eher ein Spiel zu haben gegen Düsseldorf oder sagen kannst, da kannst du mal einen Haken dran machen. Das war gar nichts. War es wichtig, dass wir dann ein Erfolgserlebnis haben und dass die Jungs merken, sagen okay, wir können auch in dieser Liga Spiele gewinnen und das tat eben dann auch den Jungs gut. Auch ein Lerneffekt, wie Sie sagen, mit einer solchen Leistung, die jetzt nicht, also das war ja kein berauschender Fußball oder solche Anteile, habe ich jetzt nicht gesehen in dem Spiel wie zuvor. Aber ist das nicht vielleicht sogar gerade richtig gut zu wissen, hey, selbst auch so geht das, wir können das, wir können das auch so. Ist das ein Lerneffekt? Es ist so, dass wir das in der dritten Liga auch mal in Spielen hatten, wo wir auch nicht unbedingt super waren, dass wir da auch mal gewinnen konnten. Das war dann in der Rückrunde nicht mehr ganz so oft der Fall. Jetzt ist es halt nochmal den Jungs bewusst geworden, dass wir das eben auch machen können. Wir haben geduldig gespielt, wir haben die Ruhe bewahrt, das kann man sagen und das ist halt auch eine Stärke dieser Mannschaft, dass sie in der Regel auch trotzdem an sich glaubt und die Ruhe bewahrt in den Aktionen. Und ja, wichtig war eben auch das Gefühl, wir können auch zu Null spielen. Das, glaube ich, hat der Mannschaft schon wieder was gegeben, dass wir gut verteidigt haben. Wie groß ist denn Ihre Sorge, dass einige Ihrer Spieler vor dem großen HSV in Ehrfurcht erstach? Die Sorge ist nicht groß. Ich glaube, die Vergangenheit hat halt gezeigt, dass wir gegen viele große Gegner eben auch mutig gespielt haben, uns gezeigt haben. Das ist, glaube ich, nicht wirklich Inhalt der Mannschaft, dass sie große Ehrfurcht hat. Wir haben immer Respekt, wir wissen, was auf uns zukommt. Die Jungs kriegen schon auch ein paar Videos zu sehen, wie der Gegner spielt. Insofern wissen die das. Und hin und wieder habe ich auch schon gehört, dass die Jungs über die Spieler, die auf ihren Positionen so möglich sind, auch sprechen. Also die Jungs sind vorbereitet und ja, dementsprechend setzen sie sich damit auseinander. Aber Ehrfurcht hatten wir bisher noch nicht, glaube ich, und ist noch nicht angebracht. Wir haben ein Spiel zu spielen, wir freuen uns auf das Spiel und wollen noch erfolgreich sein. Das ist das Ziel und die Jungs können das. Ich finde das ganz erstaunlich, dass Sie jetzt so richtig fachlich auf die Frage antworten. Ich dachte, Sie grinsen gleich so, wenn der so eine doofe Frage stellt, warum solltet ihr denn Ehrfurcht erstach? Ihr kennt ja auch was. Ja, weil es schon auch mehrfach die Woche so Thema war, dass ich gefragt wurde, wie ist es denn jetzt gegen den großen HSV zu spielen. Das ist einfach, dass in der Öffentlichkeit scheinbar schon ein sehr großes Thema ist und ich jetzt überrascht war über die mehrfachen Nachfragen, wie es denn jetzt gegen den HSV läuft. Wir hatten Hannover, wir hatten Fortuna Düsseldorf hier, wir hatten Kaiserslautern und, 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 Rostock auch, wo ich sage, wir haben schon eine Menge Traditionsclubs mit einer Fanbasis da gegen uns gehabt. Das ist jetzt nichts Überraschendes mehr. Natürlich ist aus Hamburger Sicht das nochmal zu erwähnen und zu erfragen, weil der HSV dann eben nochmal eine Kategorie drüber ist. Aber letztendlich, wie gesagt, wir haben Leverkusen bespielt, wir haben damals Gladbach bespielt. Gut, das Gladbach-Spiel war nicht so berauschend, aber hatte auch seine Gründe. Wir haben selten wirklich Ehrfurcht gehabt. Es ist auch keine Chance für uns, wenn wir Ehrfurcht haben, werden wir nichts reißen. Sie haben es angesprochen, Leverkusen, St. Pauli genau dazu, Mainz. Sie haben alle offensiv gespielt und ich glaube nur Mainz hat zweimal Glück gehabt. Würden Sie sich freuen, wenn Hamburg herkommt und knallhart nach vorne spielt? Ich gehe schon davon aus, dass sie nach vorne spielen werden. Also auch der Kollege ist bekannt dafür, dass er gerne offensiv Fußball spielen lässt, das er auch für Spektakel ist, ähnlich wie ich das bin. Denn ja, dementsprechend glaube ich eben schon, dass auch der HSV offensiv spielen wird. Aber die Ideen, die der Kollege entwickeln wird oder schon hat, kann ich auch nicht voraussehen. Also wir stellen uns auf alles ein und müssen uns auf alles einstellen und gegebenenfalls auch im Spiel diese Veränderung wahrnehmen und dann darauf reagieren. Also es ist schon so, dass in dieser Liga noch mehr Umstellungen stattfinden und dementsprechend wir auch immer sehr schnell reagieren müssen. Also lieber 6-5 als 1-0? Ich bin bei 6-5 weiterhin sehr zuversichtlich, wenn wir das dann einfahren, dass das alle Leute noch in Erinnerung haben in den Jahren. Die Linderspielpause kommt im Oktober und im November nochmal. Ist das besser als im letzten Jahr, wo man ständig im Rhythmus war und so hat man mehr Zeit? Wie ist das? Werde ich nach dem Spiel wissen? Nein, es ist letztendlich so, dass ich sage, Trainingsarbeit kann ich schon besser machen, wenn nicht ganz so viele international unterwegs sind, bei den U-Mannschaften sind oder bei den Nationalmannschaften. Dann ist das für einen Zeitligisten wie wir eher gut, dass wir die Mannschaft nochmal gezielt trainieren können oder ich die Jungs gezielt trainieren kann und wir da eben auch vorankommen. Es geht nicht immer, wenn man Gegnervorbereitung hat, dass man so viel wirklich an den Details arbeiten kann. Das ist eher ein Vorteil, dass wir das haben. Und die Belastung in der zweiten Liga ist nochmal größer als in der letzten Saison oder in der Saison in der Regionalliga, sodass auch englische Wochen uns sicherlich wehtun würden, wenn die jetzt in der zweiten Liga aufständig wären. Die Wahid und Paul sind reingekommen, haben das Ding gedreht. Würde man ja sagen, wenn mittwochs noch ein Spiel war, direkt, die spielen jetzt nochmal, die haben das besser gemacht von mir aus, aber jetzt waren zwei Wochen dazwischen. Und kann die Aufstellung von morgen oder von Samstag auch, hat die Einfluss von den Trainingsbauen? Es ist immer ein Gesamtbild. Dann ist es auch gegnerabhängig, was der HSV anbietet. Wie machen wir das am besten und wer passt dann am besten unserer Meinung dazu? Deshalb bin ich nicht derjenige, der sagt, auch der, der am letzten Wochenende getroffen hat, der muss dann sofort spielen, wenn ich das Gefühl habe, die Leistung war nicht entsprechend. Und wir müssen vielleicht taktisch irgendwas anderes machen als bisher. Da nehme ich meist nicht ganz so sehr mit in die Aufstellung mit rein. Also grundsätzlich bin ich natürlich froh, wenn Jungs treffen, dass sie doch wirklich auch Selbstvertrauen wieder bekommen oder auch für Paul diesen Auftakt mit einer Torvorlage bei uns zu haben. Das hat ihm bisher auch gut getan und die Anerkennung der Mitspieler doch, glaube ich, auch erleichtert. Und die geht dann dadurch auch schneller vonstatten. Aber es ist halt auch das, was wir uns erhofft haben, dass wir demnächst Jungs haben, die von der Bank aus die Spiele mitentscheiden können. Und das ist passiert. Und wir haben Gott sei Dank jetzt nochmal zwei Spiele dazubekommen, dass auch diese Möglichkeit sich vergrößert, nochmal zu wechseln und Potenzial eben auch einzuwechseln. Und der Nachteil ist eben, dass der eine oder andere jetzt nicht im Kader ist, der vielleicht eigentlich auch dazugehört. Jetzt gibt es ja zum ersten Mal die Situation, die Innenverteidiger sind alle da, wie ich frage es. Jetzt mal die Situation, dass einer, der von sich selbst denkt und wahrscheinlich auch die Fans denkt, der muss spielen, gar nicht spielt. Ja, das ist Zweite Liga. Da gibt es einfach dann eine Situation, dass wir bestimmt gute Spieler haben, die auf der Bank sitzen, die auch jederzeit von Anfang an spielen sollten, auch können. Das ist jetzt so und wir brauchen diese Spieler auf jeden Fall, weil wir Formschwankungen haben, weil wir taktisch mal Umstellungen machen werden und auch der eine oder andere mal gesperrt ist und, und, und. Deshalb brauchen wir gute Spieler, die vielleicht genauso gut sind oder auch mal an Spieltagen besser sind als der, der vielleicht gerade gespielt hat. Das ist ganz klar und das ist aber eben auch, je höher wir kommen, desto mehr Härtefälle wird es dann geben, wo ich sage, okay, eigentlich könntest du spielen, möglicherweise. Aber auch der andere und das müssen die Jungs nehmen und sich da wieder genauso zeigen, wie in der letzten Saison, dass eben der Mannschaftserfolg im Vordergrund steht und nicht der Einzelerfolg. Wie viel höher geht es dann noch? Wie höher wir kommen? Erstmal wäre ich froh, wenn wir ein weiteres Jahr in dieser Liga hätten, eine weitere Saison in dieser Liga hätten. Alles weitere kann dann später gefragt werden und antworte ich auch dann später. Ist es wichtig, dass die Spieler wissen, dass es nicht an ihr liegt oder dass gegen sie geht, dass sie nicht spielen? Es ist schon auch wichtig, natürlich willst du das irgendwann nicht hören. Ist ja klar, wenn du gesagt bekommst, du spielst nicht, weil der andere vielleicht das hat und du aber fast genauso gut bist, das will wirklich kein Spieler hören. Und ich mache das auch nicht immer, dass ich den Jungs das erkläre und erzähle, weil es eben auch manchmal kaum wirkliche Erklärungen gibt, die plausibel sind. Es sind manchmal das Gefühl, was dann besser zusammenpasst. Es ist ein Gefühl, dass der eine vielleicht diese Komponente hat, die mir gerade wertvoller ist, ohne dass ich genau weiß, was der Gegner eben anzubieten hat. Und wo ich sage, ja, wir hatten Situationen gegen Mainz, dass wir in der Dreierkette dann irgendwann gespielt haben und ein Rechtsverteidiger und Linksverteidiger eingewechselt worden ist und die haben dann Dreierkette gespielt. Und Nico Antonitsch saß draußen, hat sich sicherlich auch kurz gefragt, wieso komme ich jetzt nicht rein? Und am nächsten Tag gab es dann ein Gespräch und er hatte schon relativ schnell die Erklärung gefunden, da wir da mit einem Rechtsverteidiger eben auch schnell auf Viererkette umswitchen konnten. War das die erste Auswechslung. Die zweite Auswechslung war halt die Geschwindigkeit dann über links mit Arne. Und das hat der Nico dann sich auch selbst erklären können. Und ja, das ist dann ganz gut, wenn ich Spieler habe, die das auch verstehen und Erklärungen geben können. Aber wir werden auch damit leben müssen, dass die Jungs das nicht verstehen. Ja, und dann ist eben der Appell so, dass ich sage, es geht halt um den Mannschaftserfolg. Und ja, die können ruhig sauer sein auf mich, die Jungs, wenn sie Entscheidungen nicht ganz verstehen. Aber es darf nie auf die Mannschaft gehen, dass die Mitspieler darunter leiden oder der, der auf der Position spielt, es merkt, dass der andere das Gefühl hat, dass er spielen sollte. Das geht halt gar nicht. Und da bin ich sehr rigoros und dann auch knallhart. Sagen Sie mal, wie Hamburg jetzt kommt, also wo man sich sicher sein kann, die Fans auch dann am Samstag von der 1. 0 ansehen, das macht Hamburg so. Ja, sie haben ihr System relativ beibehalten. Sie haben viele Positionswechsel drin, die schon hinten anfangen. Und dementsprechend gibt es Innenverteidiger, die auch mal auf der 6 spielen, Außenverteidiger, die auf der 6 sind und, und, und. Achter, die mal Außenverteidiger sind. Sie haben da Positionswechsel drin, die ich in der Form eben auch noch nicht gesehen habe bisher. Ja, das ist Thema. Sie haben sicherlich mit Glatz zu den Torjäger da vorne drin und offensiv außen, die Geschwindigkeit haben. Spielstarke Achter, ein Tor- und Sechser, ordentliche Innenverteidiger, ein Torhüter. Also grundsätzlich erstmal alle Positionen sehr gut besetzt. Und wenn sie einwechseln, haben sie eben auch noch genau die gleiche Qualität draußen. Und da verändert sich dann nicht großartig die Qualität der Mannschaft. Und dementsprechend ist das ein kurzer Abriss von dem, was uns erwartet. Das war's. Auch von eurer Seite keine Rückfragen mehr? Ja. Ja. Vielleicht liegt das nur an mir, aber so gefühlt ist das so nach dem Motto, die kommen da jetzt, das ist ja irgendwie die Übermannschaft gerade. Und dann ist das mit einem Unentschieden okay, vielleicht auch eine Niederlage. Ich habe irgendwie so das Gefühl, ihr wollt das Spiel auch ganz gerne gewinnen, oder? Meistens ist das so. Ja, also ich kann die Qualität nicht kleinreden, die der ASV hat. Trotzdem haben wir eben auch gegen Leverkusen gewonnen. Ja, und das ist in einem Spiel eben auch möglich, dass wir Parodie bieten können. Und dass wir unsere Situation nach vorne haben, dass wir Tore machen und das Spiel auch gewinnen können. Also das stelle ich sicherlich nicht infrage. Also das ist ganz klar, dass wir auch unsere Qualität haben, dass auch der ASV sich informiert, wie wir spielen. Und dementsprechend auch darauf reagieren wird. Also die machen bestimmt auch ihre Dinge nochmal und bereiten uns als Gegner richtig vor. Und genau so werden wir das tun. Und wir gehen in das Spiel, um natürlich auch Treibpunkte zu holen. War in der Vorbereitung die Analyse so, dass der ASV stärker ist als Düsseldorf? Ja. Das war's? Von dir auch? Gut. Dann danke ich euch fürs Kommen, für eure Fragen. Wir sehen uns am Samstag in der Ursafarm Arena wieder. Dankeschön.